Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Reaction-Video. Und heute bin ich nicht alleine, sondern die Lucy ist mit am Start. Hallo. So, liebe Freunde. Und wir hatten ja vor einiger Zeit, haben wir angeguckt, Red Dead Redemption 2, The Modded Wacky West. Und das hat euch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Uns natürlich auch. Und der gleiche Macher hat noch ein anderes Video veröffentlicht, das aber ein bisschen älter ist noch. Und das heißt Red Dead Redemption 2, The Wild Wacky West. Und liebe Freunde, ich würde sagen, wir ziehen uns das jetzt mal ordentlich rein hier. Es ist wieder Red Dead Redemption 2 Content und ich freue mich sehr drauf. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, auch von Lucys Kanälen. Alles verlinkt, Original-Video. Checkt gerne das Original ab. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Let's go. Okay, ich guck mal kurz, ob wir da noch eine... Ach, das ist schon. Ist der ein Helm auf? Na, ist der ein Wikinger gerade mit so einer Axt und Helm und... Ich weiß gar nicht, was es ist. Es sieht wirklich... Ist das aber Skyrim? Könnte sein. Es ist Skyrim, ja. Könnte sein. Lenni! Lenni! Okay. Ne. Ne. Was? Niemals. Der hat jetzt nicht wirklich gerade Vögel... Doch. ...mit einer Dynamitstange getroffen. Alter. Dafür sollte es ein Achievement geben. Ja. Und ich sitze eine halbe Stunde auf dem Zug? Für fünf Vögel? Alter. Okay. Wagon surfing. Nice. Was jetzt wohl kommt. Okay. Okay. Mario Kart. Diese Ragdolls. Für sich sehr. Ja. So gut. Aber auf die Idee musst du erst mal kommen. Das müsst ihr eigentlich auch mal machen. Also wenn ich mir denke, okay, ich mache jetzt so ein Quatsch-Video zu Red Dead. Ich würde überhaupt keine Ideen haben. Aber was ihr auch für einen Bart hat, hau die... Ihr Bart, das Bart kann echt lang werden. Oh Gott. Oh Gott. Und da jetzt... Dämlicher Pfeffi. Tschüss. Mir geht's gut. Oh. 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 Loll. Was? Okay. Wenn man in der Animation ist vermutlich. Ja. Hey you! Get out of here! Nice. Okay. Jemanden Fisch? Ja. Der Einsatz. Ja. Okay. 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 Also die möchten anscheinend keinen Fisch. Loll! Kälst du? Ja, sehr gut. All in! What the? Shit! What is it? Man-Rab? Prime Reporter. I can't believe I'm doing this. Suck it, baby! Never again. Gonna... Stiff one tonight. Well, you're good at recovering at least. Partner? Nein! Check! Nein! Nein! Did I do something wrong? I'm only joking with you. You think you're- Ah! Ah! Okay. Ähm. Ah, schön. Rosmarin drauf. Lecker. So'n Ding gibt's auch? Ist ja mal... Tschüss! Dem geht's gut. Na. Dem geht's gut. You're someone's driver, I assume. It's okay. I-I was just curious. I mean, you know, I used to be able to tell a man standing with a single glance at his thought. Okay. He-I was... Okay. Ah. Verdammt. Weiche. Schuh. Chuh. Schuh. Schuh. Ach. Jack war erschreckend. Ah, das hatten wir gesehen in dem ersten Video, oder? Deswegen hatte sich Jack gerecht. Es hängt alles zusammen. Oh, wenn er so schnell läuft, das sieht so eklig aus. Ja, das war's. Haha, are you taking me back? Hallo, Papa. Haha, are you taking me back? Oh, das war's. Haha, das war's. Haha, das war's. Haha, das war's. Haha, das war's. Von dem Bergmutter. Ja. Oh, Quatsch. Es ist total, Alter. Haha, das war's. Haha, das war's. Hahaha, das war's. Hahaha, das war's. Oh, jetzt ist Arthur sauer. Er ist totgekickt. Okay, ein Opfer an den Fluss. Ja. Oh. Okay. Die Mucke. Howdy. Okay, okay. Take it. Keep it down now. We're here. Oh. Was? Das ist so ein Camp-Lied, ne? Ja. Im Hintergrund. So krass. Hey. 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 Yo. Hey. Hey. Okay. Get ready. Alright. Keep it cool and follow me fellas. Go. This is a goddamn robbery. Somebody move. Fuckin' damn hands up. Den Banküberfall hast du gar nicht gemacht, ne? Doch, den habe ich gemacht. Echt? Ja. Den habe ich gemacht. Den hast du gemacht. Okay. Ja, warum nicht? Oh, oh. Okay. Oha. Ja, neue Stiefel. Ja, okay. Okay. Kann man auch machen. Ich muss mal ein Bad nehmen. Ja. Geht das echt? Ja, oder er hat einfach die Sounds im Hintergrund eingefügt. Das könnte natürlich auch so sein. Hm. Es sieht immer noch so verkehrt aus. Warum hat die das bei mir? Hat die das bei mir auch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal demnächst baden gehen, wie es aussieht. Come on, head for the horses. What are you doing? Now let's get the hell out of this goddamn town. Come on, for a push. Easy, easy. Nein, nein. Nein. Are you taking me back? Ja. No. Oh, Freunde, Freunde. Das war's mit der Reaction. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Alle Links in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn man sich in einem neuen Let's Play sieht oder in einer anderen Reaction. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zur nächsten Reaction oder zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.